Hallo und willkommen bei Hartverrat. In diesem Video zeige ich mal meinen PC und Setup, mit dem ich ins Jahr 2018 gehe, beziehungsweise wo ich glaube, dass es ziemlich lange in 2018 unverändert bleibt. Jedenfalls muss was Besonderes rauskommen, damit ich mir noch was anderes dazu kaufe, weil derzeit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Bevor ihr euch beschwert, ich habe nicht geputzt, bevor ich das Video gemacht habe, weil wenn ich putzen würde, würde das wiederum zu sauber aussehen und ich würde ein falsches Bild von mir zeigen, weil eigentlich bin ich ein ziemlich dreckiger Mensch. Erstmal ganz unspektakulär eine Maus, die SteelSeries Revill 100. Ist eine ziemlich preis-leistungsstarke Maus, kostet rund 35 Euro, hat einen ehrlichen Sensor und ansonsten passt eigentlich alles. Darunter befindet sich das Rocket Taito Mauspad, das habe ich eigentlich nur wegen der Größe gekauft. Als Tastatur habe ich eine Logitech G910, das war ein kleiner Aggressionskauf von mir, weil bei meiner alten Tastatur haben zwei Tasten nicht mehr richtig funktioniert und dann würde ich so sauer, bin in den nächsten Mediamarkt und habe die nächstbeste Tastatur genommen. Das war die G910 halt. Im Endeffekt vermisse ich immer noch meine G15, deswegen habe ich auch die Logitech G910 in orange beleuchtet als Andenken an meine G15 Refresh, weil das ist einfach die beste Tastatur, die jemals existiert hat und ich traue ihr immer noch hinterher. Danke an die Leute, die meinten, dass mechanische Tastaturen so, so viel besser sind, sie sind ein Scheißdreck viel besser. Ich vermisse meine G15, das war die beste Tastatur und die war nicht mechanisch. Was auch sehr, sehr viele immer fragen, ist mein Mikrofon. Es ist ein Audio-Technica BP40. Dies habe ich nach einer Beratung in dem Audio-Forum gekauft, der mich beraten hat, der war sehr, sehr kompetent. Es ist ziemlich ähnlich zu dem Shua SM7B Mikrofon, bloß soll es in manchen Teilen einen kleinen Tick besser sein. Das Audio-Technica ist ja auch noch recht neu. Es ist ein dynamisches Mikrofon mit Hyperniere und das verschluckt ziemlich den Hall. Das Problem hatte ich nämlich bei meinem Rode NT1A, dass es ziemlich geheilt hat und diese Hyperniere schluckt das quasi einfach weg. Das Mikrofon hängt an einem Yamaha AG03 Audio Interface dran. Ich habe es mir geholt, weil es über USB angebunden wird. Mein altes Interface wurde ja noch über Firewire angebunden und es war halt lästig, immer in den PC eine Firewire-Karte einzubauen. Und die wollte ich nicht mehr drin haben, deswegen bin ich jetzt auf ein USB-Interface umgestiegen. Danke übrigens an Timo Reset, der mir das Interface empfohlen hat. Ein Nachteil hat aber das Interface, es ist etwas zu schwach, um meine Kopfhörer zu betreiben, deswegen habe ich mir noch eine Soundkarte dazu gekauft. Und dabei handelt es sich um eine Fio E10K Olympus II. Und der kleine Fio ist so stark, auf Stufe 6 von 8 fickt er meine Ohren weg. Bei dem kleinen Ding bekommt man für 80 Euro auf jeden Fall eine ganze Menge geboten. Die Kopfhörer, die da dranhängen, sind Biodynamic T90, sind jetzt auch nicht mal das neueste Modell, sind schon neuere rausgekommen. Sind auf jeden Fall etwas teurere Kopfhörer, aber ich mag halt guten Sound. Und im Kopfhörermarkt tut sich jetzt auch nicht so krass viel wie im Hardwaremarkt. Also wenn man da mal einmal viel investiert, hat man sehr sehr lange was davon. Für die Gameplayaufnahmen an anderen PCs benutze ich die Elgato HD60S. Ich hatte ja die Pro, aber die hatte anfangs mit Ryzen Kompatibilitätsprobleme. Ich weiß nicht, ob das gefixt ist, aber ich musste halt umsteigen auf eine USB-Version und dann habe ich mir schnell die gekauft. Und jetzt auch ganz wichtig, die Monitore sind drei Full-HD-Monitore von BenQ. In der Mitte ist ein BenQ XL2410T und außen dran die GL2450. Sind alles Full-HD-Monitore mit TN-Panel. Irgendwann werde ich bestimmt umsteigen, aber wahrscheinlich erst, wenn 4K-Monitore wirklich erschwinglich sind. Die Monitore sind alle an einer Monitorhalterung dran, das ist ziemlich praktisch, denn so sind die Standfüße unten weg und man hat mehr Platz auf dem Schreibtisch. Für Livestreams benutze ich als Webcam die Logitech C922. Was auch immer viele fragen, ist mein Stuhl. Es ist ein DXRacer 1, heißt er glaube ich, also der rote. Ob ich zufrieden mit dem bin? Nö, eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich eine rechte Geldverschwendung gewesen. Also klar, von der Qualität her ist der Stuhl top. Aber so von der Gemütlichkeit her habe ich eigentlich kaum Unterschiede gegenüber meinem alten Schreibtischstuhl für 50 Euro. Also da hätte ich echt mehr erwartet für das Geld. Und mein PC steht unten links drin im Schreibtisch, ziemlich unscheinhaft. Ich habe sogar die LEDs vom Startknopf ausgemacht, weil jegliches Geleuchte vom PC mich eigentlich nur nervt. Apropos PC, kommen wir mal zu dem. Das Gehäuse ist ein Fractal R5 in der PC Games Hardware Edition. Ist ein ziemlich teures Gehäuse, aber es hat ziemlich viele Vorteile. Und der größte Vorteil ist der Silent Faktor. Das Gehäuse ist sehr, sehr dicht und hat auch noch Schallschutzdämmung. Sogar oben und die Seitenteile sind komplett abgedichtet. Leiser geht es eigentlich kaum noch. Machen wir aber weiter mit dem Netzteil. Es ist ein Bequai Dark Power Pro 11 mit 550 Watt. Und das Netzteil habe ich genommen, weil es das leiseste Netzteil ist, das die PC Games Hardware, glaube ich, jemals gemessen hatte. Im Idle ist der Lüfter leiser als die elektronischen Geräusche von passiven Netzteilen. Also ist es irre leise. Und das war eigentlich auch der einzige Grund, wieso ich mir so ein teures Netzteil geholt habe. Für die Belüftung habe ich drei Bequai Silent Wings 2 Lüfter mit 140 mm. Zwei Stück sind vorne und einer ist hinten. Und die Lüfter habe ich über das Mainboard so geregelt, dass sie im Idle-O sind. Also wenn keine Last auf dem PC anliegt, sind die Gehäuse Lüfter komplett still. Und nun zum Prozessor. Verbaut ist ein Ryzen 7 1700. Ja, ich hatte davor den 1700X drin, aber da hat mich der 20 Grad Offset genervt wegen der Lüftersteuerung. Und dann habe ich den 1700X verkauft und den 1700er gekauft. Und das mit Gewinn. Den 1700er kann ich auch exakt gleich übertakten wie mein alter 1700X. Ich habe ihn derzeit auf 3,8 GHz bei 1,312 Volt. Auf diesem Prozessor sitzt drauf der Thermalwide HR22 Kühler. Das ist ein ziemlich mächtiger Kühlblock und auch sehr gut für semi-passiven Betrieb geeignet. Und sieht es ja auch schon oben, er hat acht Heatpipes. Und einfach weil er so groß ist und noch einen großen Lamellenabstand hat, reichen die Gehäuse Lüfter locker aus, um den Kühlblock auch kühl zu halten und damit auch gut den Prozessor zu kühlen. Ein extra Lüfter auf dem Kühlblock ist dann nicht mehr notwendig. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB G-Skill Trident Z DDR4 3400 CL16. Mit dem Ryzen laufen sie auf 3200 CL16. Als Mainboard verbaut ist es eine ASRock X370 Tai Chi. Ich hatte ja davor ein ASUS-Board drin. Das ASUS-Board hatte mich wieder genervt bzw. nicht zufriedengestellt und dann habe ich mir das ASRock-Board gebraucht gekauft. Unter der Grafikkarte befindet sich eine Samsung 960 Pro SSD mit 512 GB, glaube ich. Die SSD hat sich nicht gelohnt. Ich hatte mir dadurch gehofft, dass Windows irgendwie schneller wird. Wurde es aber kein bisschen. Die SSD war ein Fehlkauf. Hinter dem Mainboard befindet sich dann eine Crucial MX200 mit 1 TB. Ich wollte ja komplett auf Festplatten verzichten. Einerseits natürlich wegen der Geschwindigkeit, andererseits auch wegen der Lautstärke und deswegen habe ich mir eine 1 TB SSD dazu gekauft. So, und was euch natürlich alle interessiert, die Grafikkarte. Jetzt habe ich eine Pellet Chiefers GTX 1060 mit 6 GB drin. Ja, meine 960 wurde mir einfach zu schwach bzw. der Grafikspeicher hat einfach nicht mehr ausgereicht. Ich hatte ja damals noch gesagt, solange ich nur auf Full HD spiele, werden mir auch in Zukunft die 2 GB Grafikspeicher reichen. Damit lag ich ehrlich gesagt ziemlich falsch. Mit 4 GB hätte sie wohl noch ein paar Monate länger durchgehalten. Aber jetzt habe ich mir halt die 1060 gekauft. Die habe ich vor allem wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis gekauft und die RX 580 war zu der Zeit noch gnadenlos überteuert. Das war dann aber schon mein ganzer PC und auch mein gesamtes Setup. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video.